Wir hauen doch wieder ab! Wir fahren! Wir fahren nun. Wir umfahren uns. Der hat uns nicht gesehen, nun. Dann gehen wir hier dazu suchen. Ich weiß echt. Guck mal, ob ne Orgoskops liegen. Ne Uhrenklähe. Hier. Hier ist ja kaum was gelootet. Ey, nur Kack-Loot, ja. Aber wirklich. Ja, die kamen eher von, ich denke mal, Shooting Range, oder? Hier lag noch ne Bison. Hier ist der angeschlagene Wester. Auto. Ja, das ist meine, die hab ich getauscht gerade. Ach so, Auto. Mach die Türen zu. Oh, ich sitze unten in der Küche, ey. Ja. Warte. Ich will doch noch nen Scope haben. Äh, äh. Na ja, die halten irgendwo. Oder hinten? Oh, oh. Ey. Hab ich, danke. Hab ich, danke. Ich brauch nen Scope. Kein einziges Scope. Keine Griffe, nix. Diese. Hey, warte, ich schmeiß mal ein bisschen was auf den Boden. Wir halten hier vorne auf Osten. Warte, ich brauch mal Kacka hin. Genau hier halten sie. Hier, ich schmeiß hier unter Getty mal ein paar Sachen hin. Habt ihr gesehen? Ja, ne. Da war mal Kacka, hier. Da halten sie. Hier, ich hab noch. Ja, ich hab keine Waffe dafür. Geh mit. Nur die OC und die O&P. Ich hab mir noch Fünfermonieren geschmissen. Ne, mich. 2 Autos. Alter. Wir haben Durchgangsgekehr hier. Wir fahren bestimmt vielleicht trotzdem geklautzt. Oh, hier liegt ein Scope. Warum sagt das denn keiner? Da war ich nicht. Hier, was denn? Oh, danke. Schau mal schon. Oh. Jetzt hab ich 500 Schuss UMP. Mach schon wieder was. Oh, perfekt. Schau mal. Ich hab hier noch was für Tisch. So. Jetzt hab ich 300 Schuss. Reicht. Willst du den noch haben? Oh, cool, ja. Welche Drecksau war das jetzt schon wieder? Ja, du. Brauchst du fragen. Wer geht's? Wer kriegt Lecking Headshot? Du oder ich? Keiner von uns. Meinst du? Mhm. Alter. Ich krieg deine Handgranate. Das ist nämlich die einzige, was ich hab. Da? Spitze? Ich hab die DP jetzt weggeschmissen übrigens. Warum? Ja, weil die kacke ist. Ja. Was haben wir hier? Nee. Wieviel hast du denn? Da kann ich nur mal liegen. Oh, hat noch jemand... Hast du ein 6? Oh. Oh. Hat jemand noch... Hast du oder brauchst du noch? Hier liegt mal. Ja, hier liegt mal. Ja, mir liegt mal. Ey, was für'n Kackenhut, ey. Warte, was stimmt mit dir? Du bist nicht ausgelaufen, das glaube ich. Alter, zappel. Er zappelt dir wohl die ganze Zeit. Ich hör keine Schritte. Wenn hier was angeschlichen käme. Hau ab! Immer nur... Wie er hier rumkrautscht. Hau ab! Wenn jetzt hier nach ihr hochfliegt und wir platzen. Wollen wir mal irgendwo looten gehen. Die Zone kommt... Warte noch kurz, wo die Zone ist, oder? Blooting Range. Jetzt hier unten mal hin bei den Häusern. Da waren die. Ja, macht nix. Vielleicht liegt ja da noch was. Die sitzen da noch. Ist geil. Meinst du? Ja, das ist autisch. Ja, die sind da noch. Langweilig. Ich weiß. Wenn ich wüsste, wo wir noch looten gehen könnten, wo noch keiner war... Gar nicht mehr. Guck dir mir die Zone an. Oh, hier liegt ne Mutant. Mir ist langweilig. Fuck. Was für ne Munition braucht die Mutant? Siebener. Da ist er. Juhu! Siebener Muni hab ich nicht. Na, dann würd ich auf die Mutant weg, ne? Ich will leider ne Ozi. Aber ich hab keine Attachments für die Ozi, ne? Äh, für die MK. Doch, hab ich schon eben alles weggeschmissen. Boah, so viel. Danke. Hallo. Hallo. Ach, fahren wir mal weiter. Ja. Ja, Moment. Das muss ich erst, das kannst du zweig umsimmeln. Wie gehen wir denn besser? Also, die werden noch schimmeln, weil die sind noch drin. Macht Schmuss noch bei euch aufs Dach wieder, auch mal schnell. Kommt ein Panzer. Hier kommt ein Panzer. Hier kommt ein Panzer. Hier kommt ein Panzer. Hier kommt ein Panzer. Kommt ein Panzer. Ich weiß nicht, wo der ist. Ja, der fällt da hinten um. Da kenn ich eben noch ein Wangenpolster, Doktor. Ja, ich hab jetzt echt nur die Vector. Und die M16 mit 46 Schuss. Sind verarsch. Ey, ich kann die noch droppen. Komm. Oh, ist gut. Ne, komm her. Was ist denn? Hier, rechts. Guck mal. Da. Danke. Wollen wir die Häuser stürmen? Das ist, was hier unten an der Garage noch hat. Ja, wollen wir stürmen? Ja, ich bin grad dabei. Lol. Ja, Ralf, komm. Wollen wir die stürmen? Ich bin schon dabei. Aber ein Auto fehlt da. Eben waren zwei. Ist da jetzt was drin oder nicht? Ne, es fehlt auch ein Auto. Hier waren zwei U-Hatze. U-Hatze. Ah, der wurde beschossen hier. Der hat einen platten Reifen. Hier ist der zweite. Ne, 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 ne. Die standen nebeneinander. Hier. Und der hier stand. Standen zwei Stück. Da haben wir noch einen Griff. Ne, ist komplett leer gelotet. Hier sind überhaupt nichts mehr. Bin ich drinne, ne? Doch, unser Haus schon. Jetzt bin ich drinne. Ich bin auch drin. Hör auf für deiner Flash. Was? Ich hasse dich, ey. Ich hasse dich, ey. Ich hasse dich, ey. Hilf dich auch. Ich hasse dich. Alter, er kommt schon wieder mit ner Flash. Warte, warte, ich muss erst die Pfanne ausrüsten. Jetzt komm, schmeiß. Oh, oh. Hier ist hier links immer geflasht. Ja, wunderbar. Kann ich hier rein? Box dich gleich, du. Nee, kann ich nicht. Das wär cool, wenn wir hier... Ja, lass doch erstmal warten, wo die Zone hinfällt. Auflöscht zu uns. Das Warten, warten hier, warten da, warten, warten. Ja, wir müssen wegkommen. Siehste? Ja. Oh, rechts schießt irgendetwas mit Schalldämpfer. Dann müssen wir noch warten. Ach, guck mal, ich spiel für das Personal, ist mir gar nicht aufgefahren. Guck mal, da hinten geht einen Drop runter. Geil. Ja, ich seh schon. Aber das wär jetzt Selbstmord da runter. Halt ein Recht an den Häusern, schieß dort. Da unten smokes. Ja, cool, rett dort. Seht ihr das? Ja. Guck mal, der markiert das gar nicht. Das ist so markiert das, ne? Das ist zu weit weg, oder? Leute, da vorne ist definitiv, da waren gerade Smokes, ne? Ja, ich weiß, deswegen ja. Da steht auch ein Auto. Ja, da unten. Wir kriegen eh gleich von 120 auf die Klinik, das tut das. Wir kriegen gleich so oder so auf den Sack. Weil wir relativ offen sind nach rechts sind, wo es da knallt. Ja, ich weiß. Wo sind die Häuser? Da oben sind das blaue Ding rein? Ja. Ja, lass uns da mal runter gehen, weil hier, ich sitze hier so offen. Das ist, das kann... Und dann machen wir Skys Lieblingsteil, warten. Was? Warten, ja. Ich hasse warten. Warten, 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 warten. Ich mag's auch nicht, aber manchmal ist es halt sinnvoll. Ja, ich weiß. Wirklich so. Ja. Top 7 müssten wir doch eigentlich schon sein, oder? Nein, noch nicht ganz. Nein. Top 7 sind wir noch nicht. Ich hasse warten. Ich auch, deswegen habe ich Amazon Prime. Ich bin immer so ungeduldig. Bin ich tatsächlich bei allem, bis auf beim Angeln. Da kann ich stundenlang drauf gucken, ohne einen Fisch zu fangen. Fahrzeug. Aber der scheint da oben zu sein, wo wir eben waren. Der hat ja schon wieder angegriffen. Von der Killermücke, oder was? Ja, ich weiß nicht. Ha, ich hab sie. Hier liegt noch ein Griff, wenn den einer braucht. Die ist tot. Mal gucken, was von hinten hier runterkommt. Guck mal, mein Dick, der haut ja rein da, ne? Ja. Mach mal die Makaka weg. Was? Die Makaka mal kurz wegklicken. Alter, ist doch unnormal, der Kerl. Uff, uff. Ja. Da alle hinten an den Häusern, da hinten. Da hinten. Alter, laden die auch mal nach? Alter. Da liegen. Da kommt noch einer. Rote eine. Ich guck diese Fenster mal. Wir sitzen halt genau in der Mitte von allem, ne? Hast du den falschen Zeitpunkt, um auf die letzte zu gehen? Ja. Definitiv. Wir bekommen nur noch 21 am Leben, Alter. Das sind nur 14 Leute schon, seitdem wir hier drin sind. Aber wir müssen gleich schwermoven. Passwort bitte auf, was... Ach ne, die sind noch in der Zone, oder? Über uns, ne? Ja, aber die in den Häusern da hinten ist. Ja. Da kommt ein Panzer. Alter, fährt da hinten. Ah, du heil dich schon noch. Oder wie viel hast du? Oh, die kommen in unsere Richtung. Hm? Kannst du reinkommen? Der ist genau hier hin und wacht. Ja. Moin. Hier komm rein! LOL! Sorry! Oh! LOL! LOL! Hast du mich genockt? Ich glaube, ich habe beide genockt. Also mich auf jeden Fall. Ich dachte gerade, der hat mich... Bei mir stand ein Teambeschuss. Oh, die haben einen Vierer und einen Rettort hier. Wir brauchen... Ja, vierer habe ich mir gerade. Da kommt ein Auto. Hab ich mich erschrocken. Tut mir leid. Alter. Hab ich mich erschrocken. Aber sie sind tot. Der M24 hier. Ist der eine noch Fünfermoni? Oh, der hat eine Mini. Ich nehme mal eben die Mini. Wo ist das Ding hin? Wo ist denn der... Hä? Der stand hier vor der Tür. Der ist weg. Der ist weggerollt. Rieße. Den hätte ich jetzt gerne geholt. Die standen auf einmal in euch. Ich habe einfach nur einen Reihen gehalten. Ja, ich habe es gemerkt. Ich dachte, hä? Schön genockt den Ersten, der reinkam. Flupp weg war ich. Au. Ich habe keinen Überblick mehr gehabt, ne? Ne. Ich habe auf einmal genockt. Dann habe ich die nur noch umfallen sehen. Ich weiß nicht, ob ich einen von... Ich habe also... Oh, wir müssen schwermoven. Mich hast du auf jeden Fall. Mich hast du genockt, Fatou. Der stand um. Ja, sorry. Alles gut. Ging ja nochmal gut. Ja, wir müssen... Sind die tot auf 85? Guck mal bitte. Ja, ne? Ja. Achso, ich brauche schon einen Scope. Haben die noch was? Ey, der eine... Hier ist noch ein... Sechser oder was? Hier ist noch ein Sechser. Sechser ist zu weit. Pass auf, hier. Wo bist du? Hier. Hier, komm mal her. Nimm du das 4, reicht noch das Sechser. Das kann ich schon wieder Rauchgranaten liegen lassen hier. Was denn? Ich habe doch eine. Reicht das nicht? So können wir jetzt. Wir müssen... Getti, könntest du aufhören, dein Becken an meinen Kopf zu pressen? Ich habe hier doch gecheckt. Er, Smoke auf. Auto vor uns. Ja. Hast du Hits? Am Auto? Ja, wir müssen, Getti. Mach dich. Energy und los. Knocked. Knocked. Der eine von oben. Der ist tot, den du genommen hast. Ja, der Chokey hat den gekillt. Da oben. Die, die... Von links. Die haben natürlich die erhöhte Position, das ist doch wieder Kacke. Hier vorne. Hier vorne am Stein. Hier vorne. Hier vorne. Wir sind außerdem in der Zone. Hier vorne. fall doch um ich hab was ob sie sind da drüben wo ich weiß noch nicht wo am auto an dem auto 2 dieses direkt heilung ist dann direkt morgen heißt es auf davon es sind zwei leute sind die am auto am auto heißt raus nächster einer noch am bau vor mir an welchen der genau vor mir ist heil ist raus der muss rufen die die sie schicken die sie sehr gut und das auch noch mit vier kills er musste move alles andere ist in der dünn ich hab was drei kills ich hab vier kills gemacht und jetzt noch mal wie viele kills habt ihr alle? ich hab vier ich hab keinen plus den getty noch und jetzt überlegt mal, was haben wir eben gesagt wenn sie in scheiße quip passt werden die besten runden es ist so getty kannst du davon einen Zusammenschnitt machen ich hab schon gerade von der Pause achso, ob das Haus noch drauf ist, weiß ich nicht schade, das hätte ich mir nochmal angeschaut ich guck mal rein